Oh, jetzt habt ihr mich erwischt beim Naschen. Viele Grüße vom Kaiser Maschir. Da unten wohnt der Doktor. Warum auch immer der Bergdoktor heißt, weil der wohnt da unten. Und hier seht ich kann fliegen. Da ist Hartkäse. Sieht gar nicht aus wie Käse. Und es gibt Schnee. Und da ist der Kameramann zu sehen. Na ja, schöne Grüße aus der Sächsischen Schweiz. Tschüss.